Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Oh. Ein Handelsdisput. Ein Handelskrieg ist, Handelskrieg könnte man schon sagen, ist zwischen zwei, zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaften ausgebrochen. Das hier ist ein Seitenhieb an USA, China. Das, was gerade vorgeht, oder? Wie finde ich, ist das der Seitenhieb? Ja. Okay, Food Price geht hoch. International Trade wird uns wehtun und auch die Business Confidence generell. Kein Dilemma diesmal. Arbeitslosigkeit stagniert. Könnten wir auch nochmal gucken, was wir da machen können. So, wie sieht es mit dem organisierten Verbrechen aus? Geht runter, sind wir wahrscheinlich demnächst los. Wieder. Sehr schön. Ja, wir sind immer noch in der Schuldenkrise und wir haben immer noch unsere Notfall-Dings. Wie geht es der nicht-wettbewerbsfähigen Wirtschaft? Ist immer noch hoch. Tja. Wie geht es der Weltwirtschaft? Die Weltwirtschaft wächst. Okay. Und unser Bruttoinlandsprodukt geht auch langsam nach oben. Ich hoffe, dass wir das noch erleben. Nichts, dass wir tatsächlich nicht nochmal wiedergewählt werden können. Ja. Ich hätte jetzt gesagt... Naja, ich weiß nicht. Das ist gar nicht, was ist hier... Auslandsinvestitionen sind auf ihr Maximum. Tja, was machen wir mit unseren 40? Wir könnten uns überlegen, ob wir ein Weltraumprogramm aufsetzen. Oder wir könnten nach seltenen Erden bohren. Produktivität geht hoch. Kapitalisten finden es gut und Technologie geht hoch. Auf einem sehr geringen Level. Ich fände es total schön, wenn wir schon so ein paar Gutachten vorliegen hätten, die uns sagen, was wir haben, wie man das fördern kann, sodass wir die Folgekosten irgendwie mit einbeziehen können. Momentan sehe ich gerade nur Kosten und keine Einkommensoptionen. Insofern bin ich da gerade noch eher so dagegen. Ich bin jetzt auf diese Idee gekommen, vor dem Hintergrund des Handelskrieges. So, neue Ressourcen erschließen. Das ist auch eine Half-Ass-Argumentation, gebe ich zu. Ich würde es kurz sacken lassen, darüber nachdenken und dich fragen, ob du mal auf dieses Mandatory-Micro-Generation-Ding gehen könntest. Was das ist? Das haben wir abgeschafft. Abgeschafft, ne? Genau, weil wir sind durch unsere CO2-Steuer sind wir mit den CO2-Emissions auf Null. Es gab einen Push für die Energy-Industrie. Und ja, ansonsten waren, da hatte es halt nur Nachteile und wir brauchten den Impact auf die CO2-Emissionen nicht mehr. Ja, du hast recht. Ja, ich erinnere mich wieder. Gut, zurück zu den seltenen Erden. Naja, so ein Stück weit unabhängiger zu sein, ist natürlich kein schlechter Gedankengang. Und aus dem Grunde und auch vor dem Hintergrund des Handelskrieges, von dem wir nicht wissen, wie er ausgehen wird, weil wir noch nicht wissen, wie sich die politische Situation in den Ländern so entwickeln wird, würde ich sagen, komm, lass uns das mal machen auf einem niedrigen Level. Ja, da würde ich so sagen, zwei gibt einen unglaublichen Produktivitätsboost. Zehn Prozent für zwei Milliarden. Das ist schon beeindruckend. Ja. Und die Kapitalisten finden es richtig gut. Endlich mal was, was sie gut finden. Ja. Wie witzig ist denn auch die Technologie aus? Also ich sehe da so einen ganz schmalen grünen Scheiß. Plus 0,3 Prozent. Ja gut. Schon am Anfang. Wir können auch auf 2,5 Milliarden gehen. Ist dann nur 1 Prozent mehr Produktivität und hier 0,2 Prozent mehr. Also da würde ich tatsächlich sagen, lassen wir es auf 2. Mhm. Okay. Wir finden erst mal raus, was wir damit ansteigen können. Genau. Exploratory Mines ist ja auch erst eine Frühphase. Oh. So. Haben wir was ausgegeben? Können wir direkt nächste Runde machen? Ja. Die Weltwirtschaft geht hoch. Situation imminent. Oh. Hospital overcrowding. Obercrowding steht bevor. Steht bevor. Steht bevor. Und wir haben ein Dilemma. Es gibt eine Kampagne, um das Gesetz zu ändern. Das ist im Prinzip geschlechtsneutrale oder Unisex-Toiletten, würden wir auf Deutsch sagen, ne? Mhm. Ähm, dieses schreibt vor. Also wir können entweder vorschreiben, dass es Unisex-Toiletten gibt oder wir machen keine Gesetzesänderung. Ich vermute, es würde für, ähm, für die Gleichheit und für Diversity und sowas durchaus einen Sprung geben. Ich sehe jetzt kein Problem darin. Also wir könnten das natürlich jetzt wieder zu einer emotionalen Debatte, äh, machen. Bin mir aber nicht sicher, ob es sein muss. Insofern, warum denn nicht? Also require. Schade ja nicht. Ja. Ja, es schade nicht. Ja, religiöse und konservative find's doof, aber, äh, ja, so ist das dann halt. Schade ja nicht. Unser Defizit ist weiter gewachsen, die Weltwirtschaft steigt langsam, unser GDP ist ein klein wenig eingebrochen. Oder, naja, nicht eingebrochen, aber ist ein klein wenig zurückgegangen. Gucken wir mal auf... Obwohl wir gerade diesen Handelskrieg haben und sich diese ganzen Sachen gerade negativ entwickelt haben. Ja. Produktivität steigt, Arbeitslosigkeit ist gleich geblieben. Ähm, ja, da sind wir maximal. Produktivität. Ja, die, diese, diese, äh, seltenen Erden, äh, Mining wird, wird über die Zeit da noch einen Impact drauf haben. Krass, was haben wir hier? Saubere Energie. Können wir auch ein bisschen, könnten wir auch ein bisschen runterfahren. Ja, gucken wir mal, was unser CO2... Sind wir immer noch, äh, quasi auf Null. Das heißt, wir können es zurücknehmen. Ähm, wir sind bei 2,4. Sogar noch ein Stück runtergehen. Auf 1,7? Mhm, ja. Jo. Dann, was könnten wir noch machen? Die Weltwirtschaft... Können wir noch mal auf den, äh, auf die Krankenhäuser gucken, ob wir dort noch mal ein bisschen nachsteuern können mit irgendwas. Also wir haben hier, äh, Private Healthcare. Ähm, was ist das hier? Achso. Die Population. Das hier ist Lifespan. Oh, die ist hoch. Healthcare Demand. Die Gesundheit, also, könnten wir da noch, äh, könnten wir da noch irgendwie positiv einstellen? Ja. Ganz gut aus. Ja. Wir können Stem Cell Research hoch machen. Ja. Hat einen Impact auf GDK. Wow. Für 200 Millionen Plus 2,1 Prozent. Ja, und auf die Gesundheit auch und auch auf die Technologie. Ja, sofort. 25 ist teuer. Okay, sieben nächste Runde. Haha. So, Nachrichten. Äh, die Süßigkeitenfabrik wieder. Äh, Lay Breath for General. Ah, äh, die Kranzliederlegung für einen General. Ähm, äh, äh, unser am längsten, äh, gedienter Militärgeneral ist gestorben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir einen Kranz niederlegen oder nicht. Ähm, im Prinzip ist er ein, äh, Militärheld, aber, äh, es gibt, ähm, äh, Vorwürfe für Rassismus, ähm, Misogonie und Bullying am Ende seiner Karriere. Oh man, also grundsätzlich glaube ich ja, dass so Menschen relativ komplex in ihrer Persönlichkeit sind. Dass man kann also gleichzeitig Dinge ehren und Dinge kritisieren und auch verurteilen. In dem Falle bin ich mir jetzt unsicher, weil es sind Vorwürfe. Ich kenne sozusagen nicht so richtig den, den Hintergrund. Und nur aus dem Grunde wäre ich jetzt dafür zu sagen, ach komm, lass uns diesen Kranzliederlegung. Ja, würde ich auch sagen. Weil... Wir können, wir können da ruhig einen, wir können da ruhig einen, äh, ähm, einen Kranz niederlegen. Wenn das hier Gehalt hat, dann, äh, ändert das nichts daran, dass wir, obwohl wir einen Kranz niedergelegt haben, ähm, seine Taten später auch noch aufbereiten können. Also legen wir einen Kranz hin. Liberalen find's nicht toll, Patrioten find's toll. Tja, okay. So. Egal irgendwie. Defizit ist kaum gestiegen. Äh, aber irgendjemand könnte mal unsere, äh, unser Kreditrating runtersetzen. Das wird langsam albern. Weil, wenn ich hier auf die Ausgaben gucke, wir sind bei 53 Prozent. Krass. Doch, tatsächlich, was die Spieldynamik betrifft, auch irritierend. Also das wäre dann auch die Frage, ob man das Kredit, äh, mal mit teilen. Ja. Ja, glaube ich schon. Da kann ich ihm mal, ähm, da, ähm, das ist, glaube ich, auch echt, ähm, ein größeres, äh, weiß nicht, ob er das in den Griff bekommt, aber da muss es, da wird er sicherlich, äh, ähm, also Cliff, der Entwickler, wird sicherlich die ein oder andere Idee haben. Also die Weltwirtschaft steigt jetzt auch nicht so stark, ja, also die ist eher flach, aber unser Bruttoinlandsprodukt steigt auch langsam an. Tja, komm, was können wir noch für abgefahrenen Shit machen? Äh, Forschungsförderung, ja, nee. Äh, hier ist nicht mehr wirklich... Climate Change Adaption Fund. Climate Change Adaption Fund. Äh, nee, Economy, nee, wo, wo ist der? Da. Unemployment. Ja, komm, wir machen eh Schulden wie die Sau, warum nicht... Oh, schon egal. Ja, würde ich sagen, oder? Komm. 14 oder 21 ist hier die Frage. 14. Allerdings könnten wir das auch an der Frage der Arbeitslosigkeit ausrichten. Minus 3,1%. Okay, und bei 21? Minus 6,2. Hat mir gefallen. Machen wir 21? Ja, komm. Ja? Ja, komm. Zack, boom. Zack, boom. Außerdem sind es die kompletten Folgekosten, da müssen also auch Infrastrukturgeschichten dabei sein. Ja, okay, die organisierte Kriminalität ist nicht ganz zurückgekommen. Äh, dann würde ich doch mal sagen, tun wir ein bisschen was auf die bewaffnete Polizei draufwerfen. Mhm. Und zwar... 150 Millionen. Und schon reduzieren wir nochmal um 2%. Das wird vielleicht nicht ganz reichen. Würde ich so sagen. Ja. Das ist ja ein Impact jetzt schon. So. Was haben wir hier? State Broadcaster. Wir könnten was für die Foreign Relations tun, indem wir... Ein bisschen mehr... Ach, das tut kaum was. Mhm. Aber Foreign Relations sind schon auch ganz okay. Also, was wir noch machen können... Wir könnten auch... Die hohe ist... Ich wollte das, wollte ich witzigerweise genau gerade vorschlagen, dass wir die hochfahren. Ja, machen wir doch mal... Weil das ging schon Tourismus für die Bildung und, ähm, gegen die Arbeitslosigkeit. Genau. Zack. Kostet auch nicht viel. Also, kostet ein bisschen Geld, aber kaum politisches Kapital. Was wir auch machen könnten, wäre... Ach, das bringt kaum was für Health. Ja, das könnten wir noch hochfahren. Ja, ist ein Impact aus das Bruttosozialprodukt. Minus 0,4. Aber für die Gesundheit ist es gut. Und Leute essen weniger Fleisch. Ja. Dann machen wir das doch mal. Und dann haben wir noch neun, das können wir mit in die nächste Runde nehmen. Ja. Wir haben erfolgreich einen ausgelieferten und verurteilten... Ach, wir haben erfolgreich... Einen ausländischen Hacker verurteilt und ausgewiesen? Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Naja, er hat ja... Also, wenn er die Strafzeit hier begangen hat, wurde er ja hier bestraft und er kann dann ausgewiesen werden. Ah ja, okay. Ja, okay. Das macht Sinn. Okay. Ja, ein Ereignis, Strong Leader, Kriminalität geht runter und Cyberwarfare geht runter. Äh, sonst nichts passiert, Unemployment geht ein ganz mini Stück zurückgegangen. Wo sind wir mit der organisierten Kriminalität? Nächste Runde müsste die auch vorbei sein und das ist schon wieder weg. Defizit ist weiter krass gestiegen. Weltwirtschaft steigt, unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Leicht. Leicht. Unser Defizit nähert sich den 300 Milliarden. Mhm. Ja, okay, wir haben den Climate Change Adaption Fund eingeführt. Wir haben 41 politisches Kapital. Hups, da wollte ich nicht hin. Ähm... Was können wir noch für wilde Sachen... Ähm... Machen. Ja. Space Program. Ist auf jeden Fall für den Technologiebereich nicht schlecht. Könnten wir machen, Horstie, dann... Ich weiß gar nicht mehr, war es Horstie oder Bredin? Na, ich glaube, Horstie war es mit dem Space Program. Ganz am Anfang des Abends. Ja. Komm, dann machen wir ein klein finanziertes Space Program. Ja. Leisten wir uns ein Space Program für 4 Milliarden? Fast 4 Prozent... Auf... Auf... Die Arbeitslosenzahlen. Oder willst du weniger? Ja, ein bisschen weniger noch. Ich würde aber gern dennoch in dieser... Satelliten... In diesem Satellitenbereich bleiben. Also quasi... 3,85 Milliarden sind 3,8 Prozent weniger, ja, ist fast 1 zu 1 weniger Arbeitslose. Cool. Und es wirkt sich auf den technologischen Vorteil aus, auf die Technologie und das müsste sich dann auch alles wieder positiv auswirken, auch das Bruttoinlandsprodukt. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt geben wir wieder Geld aus, aber so ist das halt. Naja, was willst du denn? Also du kannst ja als Staat auch nicht einfach irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, ich warte, bis es vorbei ist. Und du musst dann Entscheidungen treffen, die idealerweise dafür sorgen, dass es in Zukunft besser wird, weil Politik macht man nicht für heute, sondern Politik macht man für die darauffolgenden Jahre. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, jetzt ziehen wir noch unsere, äh, für die Jugendclubs nach oben. Finde ich gut. Und 13 können wir locker mit rübernehmen. Ich bin so gespannt, was, ob jetzt irgendwann nochmal was passiert. Ähm, Situation imminent, Krankenhäuser müssen noch ein bisschen was für die Gesundheit tun, aber es ist noch nicht so schlimm. Whistleblower, ähm, ein Secret Service Contractor, also ein, ähm, irgendjemand von, äh, denen der Secret Service angehört hat, hat, äh, viele Dokumente geleakt, ähm, und hat Licht in, äh, auf die dunkle Seite des Kriegs gegen den Terror reingebracht. Wir können jetzt entweder diesen Whistleblower verurteilen oder wir reformieren den Secret Service und ich würde sagen, wir reformieren den Secret Service. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht beides machen kann. Das stimmt. Also das, das erschließt sich mir nicht so richtig. Allerdings, wenn ich hier entweder oder habe, würde ich den Secret Service auch reformieren, weil wir der Landkrieg was davon machen. Korrekt. Also. Patrioten find's doof. Foreign Relations super. War die richtige. Und wir sind schon wieder drei Runden vor der Wahl. Krass. Und jetzt müssen wir wirklich mal gucken, ob wir nochmal wieder gewählt werden können oder nicht. Ja. Wie viele Terms, äh, wo, wo sind wir da? Term Length, four years. Äh, nee, four years ist, äh, ähm, b-b-b-b. Haben wir Term Limits eingeführt oder haben wir das? Haben wir. Wir haben Term Limits eingeführt. Da sind sie. Fünf. Fünf. Ich glaube, wir, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass das, dass wir gar nicht mehr zur Wahl gestellt, aber dass wir quasi diese Geschichte hier überleben. Also, ich meine, wir sind in einer Schuldenkrise, ähm, kriminelle, ähm, organisierte Kriminalität ist fast zu Ende. Aber Police hat nicht ganz gereicht, um das zu reduzieren. In der klassischen, äh, Situation trete ich ab oder, äh, bleibe ich noch länger. Also, wir könnten jetzt auch das nochmal anfassen und hochsetzen. Dafür brauchen wir eh politisches Kapital. Weil ich wirklich keine Lust habe, dass wir jetzt an diesem Punkt nicht weitermachen können. Okay, dann machen wir das auf kein Term Limit. Aber es ist halt super egoistisch und, ähm, in real life, wenn es wirklich einen Dram hat. Okay, pass auf. Dann machen wir folgendes. Äh, save game. DE, schwer, Term, Leng. Das speichere ich mal. Dann können wir eventuell dahin zurückkehren. Um es auszuprobieren. Finde ich gut. Oder falls es nicht klappt, dann, dass wir bis zur Wahl gehen, bis zur nächsten. Und falls wir dann nicht weiterspielen können, können wir da wieder zurück. Ja, ich hab's jetzt hochgesetzt. Wir haben jetzt wieder kein Term Limit. Ach ja, stimmt, genau. Entschuldigung. Machen wir nächste Runde? Ja. Ah, wir sollen einen UN-Botschafter ernennen. Wir können entweder einen Patrioten, äh, in die UN schicken oder jemanden, der, äh, schon bekannt ist auf der internationalen Bühne und, äh, einen Ruf hat für, äh, äh, in schwierigen Problemen Kompromisse und Verständnis entgegenzubringen. Das ist irgendwie eine schlechte Voraussetzung, oder? Hm? Das ist eine schlechte Voraussetzung für den Job, finde ich. Ja, stimmt. Na, ah, nee. Er hat einen Ruf, um, äh, schwierige Probleme durch Kompromisse und Verständnis zu lösen. Also, nicht Kompromisse und Verständnisse anzustreben, sondern durch Kompromisse und Verständnis Dinge zu lösen. Das ist ein guter Ruf. Genau, ich war gerade bei Tonya Robinson. Äh, ja, genau. Also, ich bin auch für Dennis Gonzalez. Dennis Gonzalez it is. Foreign Relations geht hoch. Sehr, sehr schön. Wir haben wieder, ähm, Wilhelm, der mit den Oldtimern hat wieder Angst. Leute, überlegt euch doch mal was anderes. So, wie sieht's der Kriminalität? Dann hätte ich jetzt gesagt, Armed Police finde ich immer noch einen guten Hebel gerade. Und da würde ich 250 Millionen mehr ausgeben, um gegen Organized Crime was zu machen. Und es gibt einen kleinen Bonus von 0,4 Prozent auf Unemployment. Dann los. Okay. So. Wir sind immer noch am Anschlag. Ehrlich, was soll man jetzt hier noch großartig machen, außer, außer warten, dass die, ähm, die Zinnen runtergehen. Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten hier, äh, was für die Farmer tun. Mhm. Ja, Consumer Rights ist in der Mitte eigentlich okay, würde ich jetzt sagen. Wir haben, Hauptsache, wir haben Consumer Rights. Was ist das hier? Minimum Wage haben wir angehoben. Ähm. Wir können hier, hätten hier einen Hebel für, ähm, Ach, so viel bringt das nicht für Health. Genau, wir wollten was, wir wollten was für das, äh, äh, für Health tun. Ähm. Haben wir eigentlich die Süßigkeitensteuer auf Anschlag, oder haben wir die auf so einem mittleren Niveau? Ähm. Nee. Das ist das nicht. Wo ist denn die Junkfood-Tags? Da. Da könnten wir ein bisschen runtergehen, äh, ein bisschen hochgehen für Health. Ja. Ja, das war's. Dann los in die nächste Runde. Jawohl. In der Hoffnung. Oh. Ein, äh, offen, schwuler, äh, oder, äh, ähm, homosexueller, äh, Politiker, Politikerin, in, äh, wurde gewählt als Führer der, der, als Führungspersönlichkeit der Opposition. Das sorgt für einen Zuwachs an Liberalität. Das ist sehr schön. Wir können Wahlversprechen machen. Unemployment ist, äh, stagniert. Ja, okay, gucken wir uns das nochmal an. Äh, organisiertes Verbrechen ist jetzt auch vorbei. Wir haben super viel. Politischer Kapital bringt uns nicht, wenn wir kein Geld haben, ähm, um's, um damit irgendwas anzustellen. Ja. Dann machen wir jetzt einfach nächste Runde und gucken uns die Wahl an, ja? Ja. Ich schätze hier gar nichts mehr ein. Du hast bisher immer recht gehabt. Ich nicht. Es sind weniger Nichtwähler. Oder? Nee. 28. Ja, noch. Ich find's auch nach wie vor völlig irritierend, dass, ähm, die anderen Parteien augenscheinlich nicht existieren. Ja. Und wir haben ein total gutes Kabinett. Über sie könnte man nochmal gucken, aber, äh, ich glaube, das ist nur temporär. Da würde ich nix reshuffeln. Ja. Ähm, ich will auch dabei bleiben. Ähm, organisiertes Verbrechen ist runter. Ähm, wir sind weiter beim Dings. Die letzten Worte für die Dienstagspolitik gehören wie immer Romy Höhne. Für diesen wilden Ritt durch Steuerpolitik und, äh, staatliche Steuerungsmöglichkeiten und Grenzen. Vielen Dank dem Chat für die, für die Kommentare, die bei uns auch immer mal wieder zu neuen Diskussionen geführt haben. Ich bin müde, ich muss schlafen und, äh, euch alle eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei Twitch.tv slash Andere Lampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.